aber ich kann ich glaube ich nur auf sand platzieren kann das sein kann ich überhaupt platzieren ja dann brauche ich jetzt das nehme ich von da unten ach so ich verhunger schon wieder schlafen moment moment in der liege ja ich darf nicht meinen grad mein weg zum schlafzimmer irgendwann habe ich wieder meine industrieküche ganz bestimmt und schlafen sehr gut aufstehen neuer tag neues glück natürlich natürlich ich brauche ein blümchen hier so wehe das funktioniert jetzt nicht ich liebe diesen trick kann einfach ein blümchen multiplizieren richtig auf allem weil ich die blümchen echt aufbrauchen was ist denn da drüben aus dem blümchen kann man nämlich das zu feuer machen das brauchst du für blaze rods aber ich glaube davor brauche ich noch eine das muss ich nicht die blöden mobs töten und jetzt nochmal einen mobs warner machen gar kein bock zu 56 sehr gut ok schauen wir mal nochmal wie man das macht kompaktor kompaktor oder ein kompressor scheiße ok kompaktor was bist du denn? brose ich hab brose lol cool gut kompaktor 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 dich einmal ich hab kein gold mehr scheiße ich habe einen kompaktor jetzt mit dem kompaktor kann ich place roads machen die blume ach so da ist die blume muss die blume ja noch um kraften das geht durch wunderschön dann kann ich jetzt noch umgehen und gucken wie man den anderen quatsch macht so zurück zu meinem e system ach nicht im e system zu meiner quarry poppa ach und dafür muss ich die einfach nur brennen oder wie das ist ja easy christian es ist alles so leicht ich trau dem nicht ich schaue doch mal ob ich leder habe würde jetzt ein einziges leder noch drin sein ja ich bin happy ich kann meinen rucksack fertig machen er wird leben erleichtern jetzt muss ich da wieder weg von der quarry backpack jetzt ist das noch kurz grillen mit so wenig power ja hobby zu wenig energie warum wie machst du eigentlich deine energie immer nur mit dem immer nur mit dem oh wow okay eben muss man ein bisschen generatum aufm widersche ja ja was ist denn nichts empfehlenswertes also ich kann dir solar pendels empfehlen aber dafür brauchst du ein paar maschinen ich brauche immer irgendwas was man die power äh store capacitors heißen die ja backpack ich habe einen backpack capacitors und welcher soll ich machen ist dein backpack auch so klein mein backpack ist fucking huge der ist ein double chest ich habe hier einfach nur normalen dann hast du irgendwas falsch gemacht entweder keine stufe 3 doch frame tier 3 later tier 3 ja aber dann vielleicht während dem falschen draufdruck also irgendwas hast du falsch gemacht ich bin ein bisschen traurig oh ich habe mich jetzt voll auf mein backpack gefreut oh oh warte mal also leather leather habe ich nur 48 und ich habe zwei so zwei bound leather die kannst du haben wenn du willst nein ich brauche es nicht doch komm nimmst du nein ich will es wirklich nicht ich bin auch die 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 was Ich will nicht wieder runter zu dem, oh man, ich komm wieder Endstone anzünden. Oh, I'm into fire. Hihihi. Was hast du gemacht? Meine Rods, meine Ding-Rods. Ah. Blaze-Rods, genau. So, ich mach mal 8. Ich hab doch die ganze Zeit genug Energie gehabt, warum hab ich sie auf einmal nicht mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was mach ich da überhaupt gerade? Das weiß ich nicht. Ich hab irgendwas in meiner Sag-Mail drinnen, aber ich weiß nicht was und es progresst ultra langsam. Du weißt, wie lang wir jetzt schon spielen. Ewig lang. Es ist bei 41%. Wow. Was hab ich da drinnen? Das weiß ich nicht. Ich bin so gespannt, was rauskommt. So, ich muss jetzt hier wieder ein bisschen drücken. So. Oh. Ja, dann hätte ich meine Quarry fertig. Jo, bitte. Mhm. So. Na, dann muss ich jetzt trotzdem nochmal angucken, wie die funktioniert. Weil ich drücke hier noch ein bisschen. Okay. Okay. Sehr schön. Ich glaube es ist kein Slime-Junk Aber es war ja Slime herunter Slime spawnen oder nur in Slime-Junks? Ne, die spawnen überall Was? Ja Lüge Ne Okay, ich muss hier noch ein bisschen drücken Das dauert ewig Aber ich habe schon mal einen von sechs Herzlichen Glückwunsch Danke Ich brauche noch fünf Fünf mal drei sind fünf Oh Gott Herzlichen Glückwunsch Das dauert ewig Herzlichen Glückwunsch Oh, ich kriege gleich meine Pole-Videos Oh Meine Weihnachtsgeschenke sind auf dem Weg hierher Erst recht, oder wo? Ich brauche aber immer noch welche So, wie viel habe ich denn? Fünf Okay Du hast nicht so, als ob du mit der Gesamtsituation zufrieden bist Bin ich auch nicht Oh Slime Ich habe nichts zum Zumachen Glückwunsch, I guess Na, noch Glückwunsch Really bad Really, really bad Wahrscheinlich haben wir jetzt bestimmt verrechnet Und ich brauche mehr als 15 Aber es sieht immerhin lustig aus, was ich da mache Also die Alibration ist irgendwie lustig Ja Du stehst da und haust auf ein Ding ein Ja Aber das macht es Schaut voll lustig aus Das macht es wenigstens jetzt automatisch Denn in der 1,7,10 musst du dafür noch jedes Mal klicken Oh Gott Ja, genau Wie viel habe ich denn jetzt? Sechs Stück Und wie kriege ich denn jetzt? Ich habe keinen Endstone mehr Willst du mich verarschen? Ich habe keinen Endstone Ich gehe jetzt nicht immer Ich baue da in der Lillis ab Das ist mir jetzt wurscht Oh, das ist ein Diamond Ja, hallo Den nehme ich auf Entschüss wird da liegen So Ich baue mal eine Ender-Dillis ab Irgendwann muss ich die auch mal sowieso verfrachten Ich gehe da überhaupt gar nicht hin Aber sie sind bei dir so bequem gelegt Ja Ich weiß Das ist doch nicht umsonst so Weil ich die einfach nur geparkt habe Damit ich sie habe Ich habe es gleich Tatsächlich Krass, oder? Ultra Krass Ich habe es So, meine Diamond Au, ich zünde mich selber Brauche ich dir jetzt meine Corey hin Da Ich hätte es ein bisschen geweint, wenn sie weg gewesen wäre Ich habe es Ich habe es Krass, nein Herzblitschen Glückwunsch Du brauchst das Ziel dieser Aufnahmesession Erreicht Oh Oh Wintem Conduit Energy Conduit Ach nee, die sind in meinem Backpack So Ach, Mann, mein Feuerzeug ist Oh Wirst du mir verkackt, Ayana Warte, ich stelle die jetzt einfach hier hin Das ist mir so ein Latte Ich kann die da nicht hinstellen Warum kann ich die da nicht hinstellen? Achso, stimmt Ich muss erst die Oh Gott, Alter Ich muss erst die Corey hinstellen Da war was Siehst du, wie es jetzt gewesen Ah, ja, hier, so Die leuchtet so schön So Jetzt Energy Conduit Kommen sie her Das war voll daneben, aber ist egal Ah Item Conduit Achso, nee Ich brauchte, glaube ich, wirklich eine Kiste drauf Äh Kiste Hi Hatte ich hier nicht mal eine Diamond Kiste stehen? Vielleicht Einst Ja, nee, komm Das wird ihr hier hochgekarrt Jetzt kommt sie direkt in die Kiste Ähm Kiste Achso Geht nicht weiter Boden Das war gerade so dein Schwester In deinem Leben Ich habe halt nur sehr wenig Energie Jo, ja Scheiße Jetzt fang endlich Oh, das ist Das ist viel So Ich bin nicht happy Ich habe hier jetzt eine funktionierende Quarry stehen Die mir unendlich Energie wegfrisst Vor allem Welche Energie frisst die mir weg Oh Von hier Das ist schlecht Nee Nee Niii Niii Okay Niii 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 Also ich hoffe jetzt wirklich, dass die einfach aus dem Nichts die Sachen erschafft und mir jetzt nicht jemand Scheiße weg meint. Wo war die Quarry nochmal? Der ganze Kopf ist so. 2, 6, 4, 2, 6, 9. Ja, Rohstoffe aus dem Nichts. Okay, ist die eine. Okay. Okay. Mama, Mama, Mama. Mama, Mama. Okay. Okay. Das brauche ich. Das brauche ich. Das brauche ich nicht. Warum fallst du die ganze Zeit wieder aus? Es ist doch gerade nichts angeschlossen, was Energie frisst. Weiß ich nicht. Ach doch. Die Ultra-Sag-Müll. Ich will immer nur wissen, was da drin ist. Okay, ich fahre mir gerade wahnsinnig viel Koppelstolen. Wie heißt dieses? Äh. 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 Äh, in der IO. Äh. Wie heißt diese? Ja, aber ist egal. Mach ich beim nächsten Mal. Weil jetzt ist, äh, vorbei. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist Schluss. Korrekt. Jawohl. Ich hab' viel geschafft. Ich bin ein bisschen stolz. Und sag' jetzt Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zugucken über One geht's weiter mit der nächsten Folge Minecraft. Bis dahin habt euch gewohl und bis bald. Tschüss. Bye, bye.